Verdammt ich will ein Held sein Mein Name ist Leni Ruhol, ich gehe in die 11. Klasse des Gymnasiums Lohne und bin Teil der Musical AG und dieses Jahr füllen wir das Stück Shrek auf und ich spiele den Esel, wie man sieht. Ich bin Jan Allert, ich bin Mitglied der Musical AG, ich bin aktuell in der 12. Klasse und habe gerade mein Abitur gemacht oder ich hoffe zumindest, ich habe es bestanden. Das Besondere an der Rolle Farquaad ist, dass er an sich ein kleiner Zwangsneurotiker ist. Er kommt selbst damit nicht klar, dass er ein kleiner Freak ist und diskriminiert deswegen alle anderen. Und deswegen hat er eine sehr ausgeflippte, eine sehr, wie gerade schon gesagt, neurotische Persönlichkeit und das wird man ein Stück sicher merken. Wir haben da unser ganzes Herzblut reingesteckt mit über 100 Beteiligten und wir haben da uns so viel Mühe für gemacht. Ein Jahr lang sitzen wir jetzt schon an den Vorbereitungen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wenn nicht zwei oder drei. Da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die Musik ist einfach nicht nur toll, das ist total lustig und das Orchester gibt Gas. Wir haben eine tolle Techniktruppe, die da uns eine tolle Lichtatmosphäre aufbaut und ein tolles Bühnenbild. Also da lohnt es sich auf jeden Fall für die ganze Familie mal vorbeizuschauen. Oh, Sarnia's Sarnia's Sarnia's!